So, liebe Leute, ich hatte es ja schon angekündigt, ich bin jetzt hier bei Jens. Und Jens ist einer, der es wirklich kann und der es uns zeigen will. Und wir werden hier ein paar Kleinigkeiten üben. Wie kann ich mich davor befreien, dass ich festgehalten werde? Ihr wisst, was ich meine mit äh, äh. So, und das zeigt uns Jens jetzt mal ganz schnell. Hi, Moin. Moin. Wenn jemand einen so festhält, dann jetzt bitte ganz langsam. Ich hoffe, ihr habt es gesehen. Jetzt gehen wir mal weiter ran. Wenn jemand einen festhält, einen Menschen. Nach innen drehen und raus. Achtung, wir zeigen es mal nur mit einer Hand. Warum? Weil ich hier machen kann, was ich will. Hier raus geht es immer. Der größte Fehler, das mir jetzt schon erklärt ist, wenn der andere versucht, so, zeigt mir und bitte wegzuziehen, da kann man noch festhalten. Das geht noch. Aber nochmal bitte. Zack. Jetzt fasse ich hier jetzt andersrum an. Und logisch. Also immer heraus, aus. Moin mal diese Risse. Ja. Einmal geht es zu dieser Seite raus. Jawohl. Ich muss mich auch nicht anstrengen. Hm. Aber ich streng mich mal an. Okay. Ja. Gut. Gut. Danke erstmal. Wir machen das dann in Sequenzen. Ich werde das alles zusammensteigen. Jetzt gucken wir erstmal, ob es geklappt hat. Wir machen das wieder auf. Wir machen das wieder. Alles schön.